Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu War of the Walkers Grubenbau. Immer noch. Der Ziegen steht an, Kaiser ist da, alles wird gut. Yay, wir werden alle sterben. So, hier habe ich den Aufgang nach oben fertig gemacht. Cool. Wir haben gerade in der Pause kurz überlegt, wie wir es hier machen und wir haben uns entschieden. Wir machen erstmal hier so Schreng, dass man hier hochgucken kann. Aber irgendwas muss hier halt noch rein, wegen Cops. Ich würde die außen liegenden Rebar-Dings ansetzen jetzt mal. Ich komme gleich wieder. Die Centered, genau. Non-Centered, nein, nein, nicht Centered. Da hatte ich schon welche reingeschmissen, für oben, aber dann pack die erstmal unten rein. Wo hast du die? Hast du schon welche da? Nein. Ich hatte schon welche angemacht, ja. Ich habe 18 Stück in der Tasche. Die sind in der Forge, ja. Hoffentlich. Ne, da sind normale Rebar-Frames. Oh, ich habe gar nichts getrunken. Doch, hier hast du die. Und das sind die Iron-Bars, die sind aber not Centered, oder? Sind die Centered? Ne. Ich habe die nicht Centered gemacht. Ja, wunderbar, perfekt. Hast du noch genügend von den Dreiecken? Oder warte mal, kann man nicht die... Ähm, 44 Stück. Moment, Rebar, kann man die nicht Dreieck machen, Ramps? Äh, ja, das sind die. Rebar-Frame-Ramp. Genau, dann mache ich da, wieviel brauchen wir da? Das ist, äh, wie toll ist das? Sieben, siebenmal, ne? Die brauchen wir zweimal. Also 28. Ja, wir brauchen noch mehr, weil der, auf der anderen Seite, über den, äh, Zäunen müssen wir auch noch schräg machen. Also machen wir... Wenn wir die runterklatschen. Dann kann man jetzt 100, scheiß doch drauf. So will ich das. Aber für die, für die Seiten, wo wir jetzt die Dinger einsetzen wollen, brauchen wir... Ähm, 28, ne? Ja. Boah, das radert so schnell durch. So geil, dass wir das ganze Material, äh, zusammenkriegen. Weißt du, durch dieses Ausschachtungsprojekt, haben wir so viel Material bekommen. Alles am Start. Hatte ich nicht noch Bacon and Eggs? Nee, hatte ich nicht. Egal. Du hast so schön geleuchtet und ich konnte keinen Screenshot machen. Mache ich gleich nochmal. Ja, leuchte gleich nochmal. Das wäre schön. Dann springe ich nochmal von oben rein und demonstriere. Demonstriere, wie die Zomi sich fühlen. Aber meinst du echt, da überlebt was in dem Strom? Ja, 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 ja. Okay. Leider. Oh nein. Also hier sind wir noch nicht safe. Ich muss ganz schnell hoch. Ah, ich bin... Ich muss ganz schnell hoch. Doof. Egal. Ich muss ganz schnell hoch. Warum? Essen, trinken, aus, blau. Ach so. Gefahr. 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 Das hat man zum Anfang der... Danger. Ja, die tun schon weh. Das ist schon gut. Haben wir noch was zu essen da? Ja. So, was haben wir denn? Drei. Dann mache ich die nächsten auch noch. Da. Und dann, boah. Bist du das. Den Bauern bist du voll drin und kriegst gar nicht mehr mit, dass die hier... Wahnsinn, ne? Ich auch. Irgendwie 24, 22. Aber egal. Das muss fertig werden hier. So. Jetzt habe ich doch noch ein Glas drin. Ach, leg mich doch. Ich reiß jetzt nochmal ab hier. Hammer genug. Was machst du denn jetzt? Brauchst du nochmal alles weg? Ja, ich kann die sonst nicht verbinden. Und irgendwie ist meine Orga am Arsch. Ich kann sie nicht reparieren. Ich deb... Ich habe noch eine. Hier. Das ist gut. Wo ist denn meine... Aber du hast die HD, die ist stärker, ne? Ja, aber das macht ja nichts. Ey, ich habe Webmen Repair-Kids einstecken. Hier. Ja, ich habe den Skill nicht irgendwie dafür, glaube ich. Ich muss mal... Ach so, daran liegt ich. Ich bin noch... Ja, ich habe schon. Alles gut. Ich hatte keine Repair-Kids. Das war's. Danke. Gut. Noob, noob. Noob, noob. Das hängt aber nicht erst da dran, was ich hier weg säge, ne? Hoffe ich. Nein, falsch. Oh nein. Oh Gott. Kaproong. So, lass ich mir eben kurz gucken. Komm ich da denn noch dran? Das hängt genau hier dran. Das ist echt doof. Warte mal mit dem Baum, bitte. Okay. Ich muss erstmal alles verbinden, bevor... Da komme ich nämlich auch nicht durch. Kannst du dich nicht drüber framen? Nein, geht nicht, gell? Du musst aufkommen. Ach, ist das doof. Ja. Ja, ist jetzt so. Mein Gott. Ja, mal weg. Wenn ich es nochmal verkabel habe. Kann ich die obere Reihe schon setzen? Die obere, theoretisch. Die ganz oben. Die vierte. Wenn die hinten dran geht. Also ich muss gleich die hier nochmal weg machen. Die hier. Die beiden Blöcke. Wenn du die obere Reihe mit dem Zwischenboden verbindest, musst du das halten. Okay, warte. Die kannst du auch ruhig schon verbinden, ja. Hoffe ich. Oh, warte mal, da fehlt eine Leiter. Moment, ich muss hier. Kannst du die verbinden? Ja, sollte gehen. Sollte gerade passen. Ich hätte jetzt hier einen... Genau, das hätte... Warte, warte, warte. Ich setze das drinnen. Nehmen wir es mal raus. Dann mache ich das zu. Super. Ich kann den jetzt hier rausnehmen. Dann mache ich die eine Reihe zu, ja? Bis hinten? Ja. Ist das ein Ort? Sollte passen. Kann ich es aufwerten, was du jetzt siehst, ja? Mhm. Ich seh alles. Kann ich das auch wenn... Und das gleiche kann ich an der anderen Seite auch setzen, ja? Krank. Ja. Das ist echt krank. Ist auf jeden Fall... Ja. Passt. Und tschüss. HD-Orga kann man schon... Kann man anbieten. Kann man machen, ja. Ist nett. Also auf der anderen Seite auch, oder was? Ja geil, erleuchte nochmal. Ja komm, mach. Nein. Ach, fuck. Warte, warte. Nehmen wir mal ein... First Aid Kid. Moment, 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 Moment. Noch nicht, noch nicht. Das sieht so geil aus, wie du leuchtest. Es tut mir leid, dass ich darüber lache, aber ich... Nee, mach nix. Ich lache ja nicht. Ich amüsiere mich. Sag Bescheid. Okay, go. Alles Kate zählt. Aber es ist auch schön im Schritt, also... Ja, genau. Der ist immer wieder richtig sauer. Stimuliert so ein bisschen. So, warte mal. Hier... So, in den Ecken mache ich... Kann man auch... Es gibt auch Corned, bla bla bla, ne? Gibt's auch. Meine ich. Hallo, Verbinde. So. Alrighty. So, da haben wir zwei rein. Wir haben sieben insgesamt. Wo habe ich jetzt weggenommen? Ja, passt. Ach nee, wir müssen ja... Das ist ja blödsinn, was ich gerade mache. Wir müssen ja nur bis hier. Das muss ja nur in der Mitte. Drei. Komm. Komm. Yeah. So, das war Nummer drei. Dann mache ich den nächsten auch noch. So, eins, zwei, drei. Nein, das ist Quatsch. Kann ich da drüben drüben? Boah, ist doch eine Fummelarbeit, ey. Ich überlege mir gerade, wenn das mal kaputt gehen sollte, kriegst du ja nie wieder gewartet. Oh, dort auch, das geht. Ja? Ja. Ja, wie gesagt, es darf nicht kaputt gehen, ne? Da müssen wir noch drauf achten. Du gehst nicht kaputt. Du tust nicht kaputt gehen. Wieso ist denn eigentlich schon Strom drauf? Das ist doch... Das ist doch viel... Die eigentlich viel bessere Frage, oder? Ja, falls was runterkommt. Dann haben wir schon mal zum Lachen. Und Mitte Kaiser leuchtet. Genau. So, die sind dran. Ach, ich bin viel zu weit wieder. Ich wollte ja nur bis zum Grubenende. Naja. Das muss ja eine Oberhalb der Gruben sein. Das habe ich richtig verstanden. Schlägst du die Wand nochmal weg, die jetzt hier sitzt? Warte. Boah, ey. Welche? Die hier? Ja, wahrscheinlich. Ich habe mich gut gedrückt, aber... Oh nein, ich habe der... Ich habe einen von den Stäben weggehackt. Nein! Ich habe noch reich. Ich bin... sorry. Ich habe noch genug. Sorry. Ich mache noch ein paar Kornharten. Ich komme gleich wieder. Ja, klar. Haben wir überhaupt noch Zeit, was wir hier machen? Klar. Kurz nach neun erst. Wenn nicht, dann wird es eine spannende Horde. Boah, die Orgienreichweite. Gut, prinzipiell müssen wir nur unten in dem Zwischenboden stehen und die wegballern, ne? Genau. Was langweilig wäre, aber... Also den Zaun würde ich auf jeden Fall fertig haben. Das schaffen wir auch. Ist der verbunden? So, Rebar. Oh, das ist schön. Das müsste die Rebar-Frame-Inside-Corner sein. Dann mache ich da einfach mal zehn Stück. Keine Latsch. Das macht gerade voll Spaß. Wir haben Informationen hinter dem Zwischen. Wir haben fünf Folgen aufgenommen und haben gesagt, wir müssen jetzt eigentlich aufhören, weil es sonst zu spät wird. Aber wir hatten gerade so Bock. Ja, das ist vor allem, du bist jetzt gerade drin, weißt du, und dann willst du natürlich auch hier fertig werden. Ja. So. Das glaube ich, habe ich jetzt... Die drei, das ist ganz gut. Eigentlich kann man gut erkennen. Okay. Und von dir an die vier. Eins, zwei, drei, vier. Ja, passt. Alles klar. Na, komm. Ach, ich hasse es. Bitte, geh doch. Wenn das nicht ausgehertet ist, der Beton, ist das ja echt ziemlich schwach. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Du. Eins, zwei, drei, vier. Der da. Komm. So, ich mache den Generatum eben aus. Ja, würde doch Sinn machen, ne? Doch. Lieber gerade, weil sonst rennt die da rein. Bevor es weh tut. Ja, jetzt schon. Kann ich quer rüber die Wand ziehen? Guck mal, die Verbindung, dass es praktisch einen Trichter ergibt. Die noch nicht. Ne, warte. Okay. Jetzt habe ich den eben noch zehn. Ich bin fast durch. Okay. Was kann ich schon aufwerten? Eins dahinter? Minias im Aufwertwahn. Naja. Naja, es ist so ein Zeitding. Damit das aushärtet, weißt du, bis sie kommen. Ja, ja, ich weiß. Ich mache doch schon mal schnell. Au. Boah, ich muss schon wieder ein First-Eck-Kit nehmen. Sonst liege ich gleich in der Ecke. Ja, ja, ich, äh, genau. Ich streife die ab und zu mit einem kleinen Zeh. Bisschen trinken. Hunger habe ich auch schon wieder. Die äußerste Wand kann ich ja aufwerten, oder? Guck mal, das hier. Da kann ich schon eine Reihe reinziehen. Hier, oder? Bisschen so. Da, so. Also ich jetzt setze. Äh, ja. Das geht. So, eins, zwei, drei, vier. Die drei sind dran. Okay, dann ist jetzt der dran. Das ist eins, zwei. Oh, das ist auf die Kante. Die schlagen auf die Kante auf. Also auf den Trichter-Kante. Aber die machen irgendwie nichts mehr. Sind die überrascht, dass... Sicherungsschuss. Ja, die brauchen immer noch so ein... Ha, funktioniert das gut. Wahnsinn. Ich glaube, da kommt eine Horde. Ja. Hihi. Schön nach oben gucken. Hier kommt der nächste. Na, es passt aber genau von dem Winkel. Wow. Ach, komm ich mal Strom an. Da kommt noch einer. Oh, der hat's voll gerissen. Ja. Jetzt sehen wir mal ein bisschen was Brutzelndes hier. Verkabel mal lieber. Ich kümmere mich um das, was runterfällt. Will sie abschießen, wenn sie runterfallen? Aber es passiert nicht. Ja, verkabel mal fertig, dass wir das Ding hier zukriegen. Stress mir nicht. Warte mal. Eins, zwei, drei. So. Jetzt habe ich da Strom angemacht. Egal. Die Viechernerven. Ja, ich schlage nicht mit meiner Axt zu, weil das ist... Komm, verkabel. So. Los, ich setze dich unter Druck. Ja, ich brauche nur Platz, sonst kann ich nicht verkabeln. Dort geht's uns nicht. Ähm. Kann ich irgendwas helfen? Äh, nee, nee, dabei grad nicht, danke. Passt. Alles klar. Musst du diese Wand nochmal wegnehmen hier? Die Wand hier? Die? Nee, nee. Wenn ich die wegnehme, dann fallen die Dinger runter. Aber dann kann ich doch oben die Reihe schon mal durchziehen, oder? Von den Schrägen. Die hier noch nicht. Oder musst du da irgendwie... Die nicht. Die ist doof, den Platz brauche ich jetzt grad noch. Ähm. Anzug 3 unten. So, das passt gerade so. Okay, den haben wir, den haben wir. Ach. Zack. Jetzt verstehe ich das. Diese Kabel... Ach, nee, ich verstehe's doch nicht. Ich dachte, die Kabel leiten den Strom. Du musst du trotzdem an beiden Seiten anschließen. Ähm. Ja. Also der Hauptstrom, der kommt halt von dem Ding hier. Ich gebe jetzt einfach das Ton in die Hand. Aber er muss an beiden Seiten eingeschweißt werden. Nee, passt schon. Also die sind unter Strom jetzt. Und damit überhaupt da eine Wirkung ist... Du hast noch vier Stück. Nee, sechs Stück. Na, komm. Der geht doch mal so lahm hier, weißt du? Na gut, das ist wahrscheinlich... Der Server ist wahrscheinlich auch ausgelastet. Das ist dieses Tool, das ist so... Okay, dann die zwei. Zack. Okay. Aber man sagt dann nämlich hier, ey, ich bin voll. Ich hab keinen Platz mehr. Die Verteiler? Ja. Da haben wir schon. Das muss ich nämlich von dem weitermachen. Ähm. Zwei hier. Zack. Zack. Da oben. Da hat der auch. So, und die letzten drei. Hunger! So, ich hol dir was zu essen. Komm. Danke. Mach ich wenigstens was Sinnvolles aus, hier blöd rumzustehen. Dann kann ich endlich die Falle fertig bauen. Da haben wir es gleich. Ähm. Moment, ist die falsche Seite, oder? Ja, ist die falsche Seite. Ich muss auch mal oben auf die, auf die, äh, Red Roll-Anzeige achten. Sonst war ich nicht schmisch. Ah, fertig. Sehr schön. So, nochmal mal gucken, ob alles... Ja, aber es sieht gut aus. Gut, äh, Frames. Da. Zack, zack. Ich sitz schon mal wieder Frames. Hast du auch zu trinken? Oh, ne, zu trinken habe ich noch, danke. Ganz viel. Und da, da, da. Ne? Hier. Pause. Yay, danke. Hast du, trinken hast du. Mein Gott. Dankeschön. Kann ich aufwerten. Die kannst du aufwerten, ja. So fertig mit Verkabeln. Verkabeln steht. Dann setze ich jetzt die, dann setze ich jetzt die Seitendinger. Ne, die Seitendinger setzen wir in der nächsten Folge und zwar morgen. Ich wünsche dir was. Schon wieder. Bis morgen. Hashtag, äh, Pause. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.